Sie hören Hundstage für Beck von Tom Voss, gelesen von Wolfgang Wagner, ein Hörbuch des Argon Verlags. Sie war schon oft gestorben, hunderte Male, vielleicht tausende. Nick hatte aufgehört zu zählen. Es geschah immer wieder auf die gleiche Art und Weise, manchmal wie in Zeitlupe, gelegentlich wie im Zeitraffer oder in Standbildern. Ansonsten gab es keine Variation. Sie stürzte, sie schlug auf, sie war tot. Das war die einzige prägende Erinnerung, die ihm von ihr geblieben war. Nick hasste es. Man sollte bessere Gedanken an jemanden haben, der einem sehr verbunden war. Es sollte mehr übrig bleiben als ein Schatten auf der Seele. Die entsetzlichen Bilder in seinem Kopf und das dumpfe Krachen in seinen Ohren. Immer wieder. Der Film und der Soundtrack seines Lebens. Jeden Tag und jede Nacht. Wump. Wump. Das Geräusch vermischte sich mit dem Beat eines belanglosen Country-Songs. Weinende Gitarren und eine Sängerin, die darüber jammerte, dass ihr Liebster sie verlassen hatte. Nick starrte in die öligen Schlieren auf dem Boden des Schnapsglases. Darunter sah die Holzmaserung der Theke aus, als würde man sie durch eine Lupe betrachten. Sein Blick wanderte über die Finger, deren Brüche längst geheilt waren. Nur manchmal tat es noch etwas weh. Er sah auf. Er kannte sich selbst im mit Bierwerbung bedruckten Spiegel hinter der Bar. Sein Bart war ungepflegt. Die zu langen schwarzen Haare von grauen Strähnen durchzogen. Die Augen matt und vom Alkohol gerötet. Er trug ein T-Shirt mit einem nichtssagenden Aufdruck, das dringend gewaschen werden musste. Der Stoff spannte über seinen kräftigen Oberarmen. Schließlich schob sich ein anderer Körper zwischen Nick und sein Spiegelbild. Er sah die Knöpfe einer karierten Bluse, Haut, eine Kette mit einem Jadeanhänger, eine Hand mit vielen Silberringen, die eine Wodkaflasche hielt. Liebeskomme? fragte die Bedienung. Ihr Name war Jenny. Sie hatte ihn Nick vorhin verraten, als er sich mit dem Vorsatz an die Theke gesetzt hatte, sich professionell zu betrinken. Nicht direkt, erwiderte Nick, ohne aufzublicken. Sie hat dich verlassen? Gewissermaßen. Gebrochene Herzen heilen. Irgendwann. Herzen schon, sagte Nick. Heute ist einer dieser Tage, hm? Ja, sagte Nick. Einer dieser Tage. Der Letzte geht aufs Haus, sagte Jenny. Ihre mit einigen Altersflecken besprengelte Hand gefrohr in der Bewegung, als sie Nick nachschenken wollte. Wump. Da war es wieder. Doch etwas an diesem Geräusch klang anders als das in seinem Kopf, dachte Nick. Es war ähnlich, aber nicht das Gleiche, und es kam auch definitiv nicht aus den Lautsprechern. Was war das? fragte Jenny. Nicks Blick klärte sich. Er sah in Jennys wettergegerbtes Gesicht, das ihn vom ersten Moment an das einer alten Indianerin erinnert hatte. An jemanden, der in den Siebzigern auf einem Chopper die Route 66 gefahren und von dem Trip jede Menge Devotionalien mitgebracht hat, die nur die Wände und Regale ihrer Kneipe zierten. Budweiser-Reklame, Werbeschilder aus den Fünfzigern, Longhorn-Schädel, verkromte Ventilatoren und eine Whirlitzer, auf der jetzt ein Song von Johnny Cash begann. Nur der alte Mann und seine Gitarre. Till things are brighter, sang er. I'm the man in black. Der Laden hieß passenderweise Roadhouse und befand sich im Niemandsland zwischen dem Hamburger Norden und Schleswig-Holsteins Süden an der Bundesstraße. Nick war schon einige Male daran vorbeigefahren. Jedes Mal war ihm die Neon-Werbung aufgefallen, die das Roadhouse wie ein amerikanisches Diner wirken ließ. Wie einen Ort, an dem man sich gepflegt volllaufen lassen konnte und einen ordentlichen Burger bekam. Abgesehen davon handelte es sich um einen weißen Fleck auf seiner Landkarte. Die meisten Kneipen der Gegend hatte er bereits durch. Wenn es sich vermeiden ließ, suchte er keine davon ein zweites Mal auf. Er wollte nicht erkannt oder wiedererkannt werden. Andererseits trank er nicht gern vollkommen allein, weil er sich dann wie ein Alkoholiker fühlte. Es war kompliziert. Heute Abend, mitten in der Woche, standen nur zwei Autos auf dem Parkplatz vom Roadhouse, was der entscheidende Grund dafür gewesen war, dass Nick hier gestoppt hatte. Inzwischen war es spät geworden, und die beiden Fahrzeuge waren mitsamt den letzten Gästen verschwunden, was ihm gerade recht war. Er wurde nicht gern beim Trinken gesehen und ließ sich dabei noch weniger gern stören, vor allem nicht heute. Es war auf den Tag genau ein Jahr her, das... Wump! Da war es wieder. Verdammt, was ist denn das? fragte Jenny erneut und blickte an Nick vorbei, um... ...